Sie gehören zu einer der spannendsten neuen Bands, die wir hier in Deutschland überhaupt zu bieten haben. Die Rede ist von WeLoyal. Diese Woche sind sie zu Gast bei Pop10. Außerdem schauen wir, was gibt's Neues am Kiosk und das große, große Splash-Festival Deutschlands größtes Hip-Hop-Open-Air ging dieses Wochenende zu Ende. Wir waren vor Ort. Unseren Bericht direkt vom Festivalgelände gibt es diese Woche bei Pop10.